Musik Circa eine Stunde Autofahrt von der City von Adelaide liegt das nationale Eisenbahnmuseum in Port Adelaide. Im Museumsgelände fährt die Lokomotive 4 mit dem Namen Hub. Es handelt sich um eine 457 mm Schmalspurlokomotive Baujahr 1957. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es gibt auch die Lokomotive mit dem Namen Kenny. 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 In der Nähe, im Park von Semaphore, fährt die dritte Dampfbahn mit der Nummer 6 und dem Namen Bill. Sie gehört auch zum Museum. Wir erreichen gerade noch die letzte 2 Kilometer lange Tour an diesem sonnigen Tag. Die 1 Kilometer Show rufen! Oh, yeah, nice mother. Yeah! Oh, yeah, nice mother. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Leider verschwindet dann der Zug im Depot, dass weitere Aufnahmen nicht möglich waren. ZDF für funk, 2017